Oh, Jonny macht den Kalt. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Junge, der ist ja auf Crank hier, Alter. Schwanz. Yo, neues Kreisliga-Training. Wir sind ready. Ready wie nie zuvor. Die letzten drei Spiele stehen bevor, ne? Deswegen, wir müssen noch mal richtig Gas geben jetzt. Er ist meine rauchen. Ringe? Ja, ja. Franz. Maschinen, komm zusammen, wir trainieren. Mit Maschinen kann ja nicht ich gemeint sein, oder? Maschinen und Waschmaschinen. Ja. Herren, heute Ninja, oder was? Ich bin in Afghanistan. Alles klar. In der App waren wir mehr. Taki. Taki hatte ich gesehen, hatte schon keinen Bock mehr. Taki, kennst du Hansi Flick? Ja, ich habe noch Hansi Flick. Guter Mann, ne? Hans Sapper, Hans Sapper. Hansi Flick, Hans Sapper, Hansi Flick. Ey, heute, letztes Abschlusstraining für Sonntag. Wichtiges Spiel, wir sagen immer wichtiges Spiel. Wir machen uns warm. Dann gehen wir in einen Passform kurz. Dann gehen wir in eine Torschussübung hier rein. Dann machen wir eine Spielform. Ich trainiere heute leider nur eine Stunde. Weil dann habe ich, ähm, kann ich jetzt nicht vor Kameras sagen. Oh, mein Mensch! Ich mache ein paar Fotos, damit ihr auch ein bisschen neidisch werdet. Jetzt hier eingeblendet. So, okay. Sollen wir uns gemeinsam warm machen, oder macht euch alleine warm? Gemeinsam. 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 Dann gehen wir auf die Linie da drüben. Maschine ist auch da! Mo! Mo Schiene! Du bist diesmal nur fünf Minuten zu spielen. Ja, wird mal besser, ne? Ey, der Hansi hat es schon richtig gesagt. Jetzt ist jedes Spiel wichtig. Drei Spiele noch und die sind alle todeswichtig, um in die Aufstiegsrunde zu kommen. Alle Spiele sind wichtig, aber wir müssen nur zwei gewinnen. Jungs, Hände aus der Tasche! Immer bis auf meine Höhe! Und komm! Und! Danke, dass du gekommen bist! Danke dir! Was macht der Körper? Körper ist gut, nur Nase nicht. So muss das. Einer hier rüber. Kriegt den Ball hier gespielt, nimmt den Ball an, spielt hier rüber. Dann nimmt er den Ball an, dann ist er ja in die Mitte, dann nimmt er den Ball an, spielt wieder da rüber. Dann läufst du dahin immer so, immer hin und her. Ja! 10 Minuten, Jungs! Annahmen! Den zweiten Spieler, den ich angespielt habe, der geht dann da rüber, spiele ihn an, dann spielt er dich an, dann spielt er den an und dann bist du weg. Ich bin dann da. Okay, okay, okay. Dann nachher gehst du weg. Okay, okay, okay. Verstanden? Ja. Hattet ihr verstanden, Jungs? Normal, werdet ihr jetzt sehen, wie wir das verstanden haben. Das wird ein Chaos hätten, sag ich dir. Ja, super, super! Was, Bruder? Bitte! Miri, bitte! Miri, bitte! Miri, bitte! Miri, bitte! Miri, bitte! Ja! Hier geht doch irgendwas. Gehst du? Jeder frei. Luis, und mach den Fuß hier. Oh, wie besser. Okay, und jetzt bitte ein Fortnite-Tanz. Ja, woher hat es gelegen bei unserer Gruppe? Sag mal ganz kurz. Ich habe jetzt keine Fehler gemacht. An ihm wahrscheinlich, oder? Ich habe ihn nicht mal gesehen, aber ich sage an dir. Nein, nein, nein. Du bist der Bauhofer hier. Ich sage nichts. Ich halte mich überdeckt. Hat keiner gesehen. Nicht auf Kamera, es ist nicht passiert. Oh! 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 Also, ich muss hier langsam nach Hause gehen. Das reicht mir langsam hier. Es gibt hier nur einen Verteidiger. Papi Raffi. Lieber ist der gleich wie mein Team, weißt du? Hast du gedacht, ne? Hast du gedacht, Junge? Der ist ja auf Crack hier, Alter. Der war gerade noch Reggaeton-Party, ne? Ja, wisst ihr Bescheid. Wir machen jetzt hier eine Kombination Torschuss, Zweikampf. Das reicht. Mario Bratto ist der Ball an seine Latte. Ich habe mir gerade den Arsch gepasst. Nein. Ich habe ihn ins Arschloch gefasst. Why are you gay? Annahme. Hier vorbei. Kommt los. Wenn die Übung vorbei ist, kommt er und stellt sich hier an. Du sagst mir schon, ne? Hast du verstanden, ne? Du sagst mir deine Arschloch. Machst du so, ne? Machst du so, ne? Machst du so, ne? Und dann ein Unfall. Taki, nur an der Stand. Taki, stupig? Ja. Taki, Sonntag kommst du? Don't be a bitch, man. Don't be a bitch. You are like Luis. Luis? Ja, ich mag Luis. Bo Luis. Da. Ah. Okay. Okay? Hahaha. Jetzt 1-on-1 holst du hier, ne? 1-on-1. Gegen wen machst du? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Matze, Matze. Mach den fertig, hau dir weg. Oh, Johnny macht den kalt. Er hat mich nass gemacht. Boah, leids genug. Frisch. Boah, holz die Maschine. Ja. Ey Mo, du gegen Rafa Papi. Gegen Rafa Papi. Das ist das Duell, Runde 2, Alter. Papi, fertig. Ja komm. Komm Mo. Fell den. Richtig. Teamwork machen die. Ich möchte, dass ihr wirklich in der Aktion jetzt mal Gas gebt. Hier ist die Aktion. Ich krieg den Ball. Tempo offen. Spiel da drauf. Schießen. Und wenn ich Abschluss habe, umschalten. Ich muss mich hier anbieten. Und dann hab ich Ruhe. Was hast du? Ich muss diesen Versuch jetzt treffen. Dann hab ich in jeder Übung einmal getroffen. Oh. Auf jeden Fall, Alter. Schön. Oh, jetzt musst du auf. Jetzt muss ich. Oh. 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 Hast du eigentlich gesehen, was Taki im letzten Video gesagt hat? Ich hab gesehen, was Taki gesagt hat. Was sagst du dazu? Ja, 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 ja. Taki, du erinnerst, was du ihm gesagt hast? Louis. Ja, Louis. Louis ist gay. Ah, er ist gay. Ich hab das Seine, ne? So weit die Japaner bist das mittlerweile. Er hat heute Crackle drauf, ne? Oder das Heroin. Hans hat keinen Bock mehr auf diesen Normal-Tanker. Jetzt spielt er einfach. Normal-Tanker. Scheiße, ey. Ganz genau. Die laufen einfach hier nicht. Wir laufen nirgends. Wollen wir aufsteigen? Wollen wir aufsteigen? Zeig mir jetzt. Schreib mal in die Kommentare. Wollen wir aufsteigen? Ich will aufsteigen. Dann brauchen wir dich als Spieler halt, ne? Da ist das Problem. Danke. Ach, du Scheiße. Den hab ich noch. Das ist euer Team? Ey, das ist euer Team? Ja, damit fehlt es. Oh Junge, wir haben drei Midgets, Digga. Drei Midgets, zwei Midgets. Drei, Digga. Der auch. Ich hab alle unter 1,80 gewählt. Ich bin der Einzige, der über 1,80 ist. Was ist das? In der Kürze liegt die Würze. Team Petit. Wir sind Team Petit, Leute. Team Petit gegen... Was ist das für ein Team? Guck mal den Uwe an. Oh Junge, wir spielen gegen Team Leitzkin. Wow! Die laufen alle nicht im gegnerischen Team. Die haben Eren, der läuft nicht. Fablito der läuft nicht. Du weißt ja noch nicht was wir machen. Aber im Fußball läuft man ja wohl, oder? Ja, aber... Wer sich am wenigsten bewegt gewinnt. Scheiße! Für Fußball. Jungs, wir machen ein Spiel. Doppelter 16er. Tore zählen nur, wenn ihr komplett auf die andere gegnerische Hälfte seid. Ich werde mal Taki. Taki! Lauf auf eine andere Seite. Tor! 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 Dann geht's! Okay, okay. Okay, okay. Und dann musst du deinen Tchimpos zeigen. Tchimpos. Tchimpos in der Kamera. Tchimpos. Was ist Tchimpos? Ja, ja, was ist Tchimpos? Was ist Tchimpos? Schwanz. Die erste Runde bis 5. Die Mannschaft, die als erstes 5-Tore hat, hat gewonnen. Also ich werde nur hinten stehen, damit deine Tore alle nicht zählen. Egal, im Video. Wir schneiden das anders und ich hab gewonnen. Haha! Lass dich schießen, lass dich schießen. Ja! Fisch jetzt! Ja! Fisch! Ja! Fisch! Ja, komm wech da! Da ist die Warte, Junge! Tor! Fisch! Jetzt! Fisch! Jupp! 1! 1! 2! Schup! Schritt! Schritt, Schritt! Lele! Und rass, das war's, komm! Geist hier! Baut es nicht mehr, auf! Die Schautsfügel hat, Elisabeth. Die Schautsfügel hat, die Schauber nicht mehr! Die Schautsfügel hat, G 44. Wir haben es so unnötig noch mal spannend gemacht, aber natürlich alles für die Kamera am Ende souverän geworden. Ich muss sagen, wir haben von draußen gewettet, wer gewinnt. Ich war für Orange. Ne Jungs, sehr gute Einheit, aber das kann nicht sein, dass wir 4-1 am Gewinn sind und dann habt ihr keinen Bock mehr. Dann seid ihr nur noch so, ja genau das, wir wollen es spannend machen, ganz genau. Im Spiel machen wir das nämlich auch, wir wollen es spannend machen. Dann machen wir Jojo und die Gegner schießen auch wieder Tor und dann sind wir draußen, was machen wir gerade? Wir sind alle wieder am Zittern, das wollen wir Sonntag nicht, Jungs. Jungs, ey ich muss gehen, ihr wisst warum. Wer das nicht weiß, der sieht ein paar Bilder nachher. He he boi.